Also, der Preis geht ja jedes Mal. Du hast es nicht nötig, Eva Ingeborg Scholz, aber du hast ihn. Ja, du kannst ihn so hochheben, da. Kannst du noch ein paar Sätze sagen? Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wunderschönen Preis. Ganz toll, ganz schwer. Ist Blei drin oder was ist da unten drin? Ja, ich würde auch sagen, es ist eher Blei. Es ist nicht Gold. Nein, ich dachte vielleicht ein bisschen Gold. Ja, so was schön ist. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank. Ich liebe euch alle. Eva fragt, ob sie wieder gehen kann, aber du kannst ja auch noch irgendwas Wichtiges mit auf den Weg bringen. Du bist ja auch schon länger dabei für die Schauspieler. Ja, es ist natürlich ganz was Tolles vor einer so großen Publikumsschar so was Schönes zu bekommen und man ist ja ganz weg. Ja, dann bedanke ich mich nochmal auch bei euch und wünsche euch eine schöne Nacht und dann habe ich euch alle lieb. Ja. 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 Ja.